nur die zweite sichtung gibt es doch gar nicht war das doch erst mal beide sichten und dann schießen wahrscheinlich ich lade die mission noch mal neu jetzt hat er beide haken bei sichten jetzt kommt dann fehlt nur noch ein aufgeschrecktes ich stelle mal kurz auf englisch nicht dass das nachher heißt ein nicht aufgeschrecktes das werden hier kommt gerade irgendwo was raus bei mir ich höre auch irgendwo was ich sehe nichts das klopft auf jeden fall schon klopfen ist ja man gute gehen wir ins englische es bucht also ein aufgeschrecktes ich will mal gucken ob ich das hier jetzt sehe weil dann könnten wir die aufschreckung machen wenn du siehst also ich hab's ja nichts ich bin hier auch nicht aber da sitzt es ja ja ich sehe es ich hab's nicht mehr bei dem bau direkt unten wo du sagst den kannst du nicht sehen ja also ich kann bei drei schieß ich 123 also das ist gerade 15 zentimeter der luft gewesen wenn das nicht aufgeschreckt ist dann weiß ich auch nicht das ist wirklich vom boden hochgesprungen ich habe nur in die richtung geschossen ungefähr sonst nicht sehen er hat er wunderbar und er Vielen Dank.